Ich ließ mir sagen, und mir ward erzernt, der schöne Toni hungre sich zu Tone, seit ihn so rüber aus die Liebe kehrt, nimmt er auf einen Backzwang sieben Noten. Nach Tisch, damit er die Verdauung stellt, verscheißt er eine Burst und Seelenbrote und lindert nicht Tonina seine Pein, bricht meistens Wangersnot und Teirung ein. Untertitelung des ZDF, 2020